Die tote Bäckerei-Mitarbeiterin liegt eine Woche nach dem Bombenanschlag noch immer unbeachtet im Leichenschauhaus. Hören Sie, mein Artikel geht in den Druck, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Personalchef, ich bin schuld. Das hier war Ihr letzter Einsatz. Julia Petracke, Personalnummer 535, Gebäudereinigung. Wir werden ihr eine würdige Beerdigung ausrichten. Wollen Sie mich bestrafen? Wenn man jemanden besucht, fliegt man Blumen mitzubringen. Also komm zurück, wann du bist. Sag mal, glaubst du, dass ich mich darum reise? Auf diese Demütigungstour kann ich verzichten. Wann sind Sie angekommen? Wo ist der Konsul? Ich bin der Konsul, guten Tag. Lassen Sie mich ihm etwas erklären, Herr Personalchef. Wir sind hier weder im Osten noch im Westen. Hey, hey, hey! Er weiß nicht, dass seine Mutter gestorben ist. Diese Familie ist nicht normal, glauben Sie mir das. Der Junge hat gesagt, wir sollen seine Oma herbringen. Ich bin auf Ihren Seite. Wir machen einen Wahnsinnsumweg. Tausend Kilometer, um das Richtige zu tun. Wollt ihr hier mit deiner Mutter herkommen? Ich habe das letzte Mal gesehen. Okay. Hey, ich komme nach Hause. Ich bin der Junge. Hey, hey, hey! Hey, hey! Ich bin der Junge! Untertitelung des ZDF, 2020